Einen wundervollen guten Tag. Willkommen zurück zu, naja, nicht unbedingt Express, denn heute geht es eigentlich um EJS. Das ist allerdings eine Sache, die wir im Rahmen von Express natürlich benutzen und brauchen auch und eigentlich auch nicht so komplex. Aber EJS ist genau genommen eine eigenständige Bibliothek. Und es handelt sich auch hierbei um serverseitiges JavaScript, allerdings direkt für das Frontend. Und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Wir machen ja gerade Serverside Rendering. Lass mich nochmal ganz kurz hier recappen. Wir haben eine View Engine festgelegt auf EJS und wir binden die Datei index.ejs in unseren Renderer rein. Und ja, EJS ist im Endeffekt eine eigenständige Bibliothek. Und hier drin haben wir einfach nur einen H1 Tag geschrieben. So, und dann kommen wir hier mal ganz kurz auf die ejs.co Webseite. Das ist die offizielle Webseite, die Änderung ist ein bisschen seltsam. Aber im Endeffekt alles, was ihr braucht, steht unter den Tags bei den Docs hier unten. Mehr braucht ihr tatsächlich nicht. Das ist alles, was ihr braucht für EJS. Und das ist so ziemlich das Wichtigste hier, nämlich das Scriptlet Tag und das Plain Ending Tag. Das ist alles, was ihr euch eigentlich merken müsst. Das heißt, ein kleiner Prozent und ein Prozent größer. Und mit den beiden könnt ihr schon alles machen, was ihr wollt. So, nochmal ganz kurz zu zeigen. Wir haben hier meins SSR Template als H1 Überschrift sozusagen. Und im Endeffekt ist das alles, was hier drin steht. So, das wissen wir ja. Und jetzt, für die Leute, die vielleicht schon mal PHP gemacht haben, genau dasselbe ist im Endeffekt EJS. Ihr macht damit genau das Gleiche. Ihr führt serverseitig Code aus und embeddet den direkt in die Datei rein, die dann auf dem Server angezeigt wird. Das heißt, euer Server, also im Endeffekt die View Engine EJS, wenn ihr hier auf Render geht, nimmt es diese EJS-Datei, führt den Code darin aus, serverseitig, und dann liefert es das im Frontend ab. Okay, lass uns das vielleicht mal ganz kurz demonstrieren. Also, wir brauchen hier, sagen wir einfach mal, also nehmen wir an, wir haben hier ein richtig komplexes Template, ein richtig komplexes HTML-Dokument. In unserem Fall ist das einfach nur eine Headline. Und wir wollen hier dann serverseitig noch Code ausführen. Und das machen wir über diese Script-Let-Tags. Und wenn ich jetzt hier dann Code ausführe, dann ist das im Endeffekt einfach mal ein kleines Beispiel vor. Let, keine Ahnung, i gleich 0, i kleiner 42 und i++. So, und jetzt mache ich folgendes. Ich öffne die geschweifte Klammer und ich schließe sie nicht. Und das wird bescheuert aussehen jetzt erstmal. Aber hier unten mache ich noch ein Script-Let-Tag und hier schließe ich die geschweifte Klammer dann wieder. Und hier drin, naja, das ist ja im Endeffekt jetzt kein serverseitiges JavaScript mehr. Das ist einfach nur das, was ich hier haben möchte. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel einfach einen Paragrafen einfügen mit, ähm, hallo Welt. Und jetzt mache ich nochmal ein Script-Attag auf und sage hier einfach mal, ich sage jetzt einfach mal i dazu. Dann sehen wir, was gemeint ist. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, dann sehen wir hier hallo Welt, Komma. Okay, ähm, und das gleich 42 Mal. Jetzt, was ist passiert? Naja, wir haben hier jetzt offensichtlich 42 Paragrafen mit hallo Welt und einem Komma hinten dran. Das ist das, was ich hier habe. Dieses Prozent i ist nicht drin, dazu komme ich gleich noch. Aber, offensichtlich wurde dieser Code hier irgendwie ausgeführt. Das ist irgendwie JavaScript. Aber wenn ich mir jetzt das Ganze nochmal genauer angucke, untersuchen, dann sehen wir, das ist eigentlich, eigentlich ist das kein JavaScript in dem Sinne mehr. Das sind wirklich die Paragrafen. Das liegt daran, dass das Ganze EJS serverseitig ausgeführt wurde. Ja, und dann habe ich hier tatsächlich direkt das als Paragrafen. Also, ich habe das wirklich als HTML überliefert. Ich habe das hier eins zu eins rüberbekommen, ohne das JavaScript. Ähm, alternativ. Ich kann hier unten natürlich auch hergehen und was machen wie Script. Ähm, und dann, im Endeffekt kann ich das hier oben auch kopieren. Ähm. So, ähm, und das Ende des Paragrafen. Hallo Welt. So, und, ähm, vielleicht gehen wir hier mal runter auf, auf 5 und fügen hier noch einen Break ein oder sowas. Ähm, ich glaube, das passt am besten. So, wenn wir das jetzt mal kurz ausführen, ähm, dann sehen wir hier, äh, ja, dann sehen wir natürlich nichts, weil ich hier kein Document.Write habe, hehehe, sondern immer noch den Tag hier, ähm, und hier den Tag auch nicht zugemacht habe. Sorry, das war ein bisschen übereifrig. So, ähm, Doc... Vielen Dank für gar nichts. Document.Write. So, ähm, und wenn ich das jetzt hier in meinem Browser ausführen möchte, dann, ähm, muss ich hier natürlich einmal ganz kurz... Ah ja, richtig genau. Ähm, ich muss hier einmal ganz kurz Helmet deaktivieren, ähm, denn ansonsten darf ich das Skript hier nicht ausführen. Und, ja, im Endeffekt, ähm, steht jetzt hier also folgendes. Ich habe Hallo Welt, so, und ich habe Hallo Welt hier. So, wunderbar. Aber es gibt hier einen großen Unterschied. Wir haben hier dieses Hallo Welt, was hier oben steht, ja, mit dem Komma hinten dran, das haben wir serverseitig reingeschrieben, während das, was wir hier über das Skript reingeschrieben haben, das ist das hier, ja, und das Skript steht hier vollständig mit drin. Und dann, dieses Skript hier, also die unteren Hallo Welt, die hier, die wurden clientseitig ausgeführt, die wurden sozusagen vom Server geholt, beziehungsweise, also, da ist nichts vom Server gekommen, sondern da ist tatsächlich einfach nur das Skript vom Server überliefert worden und der Client hat dieses Skript dann ausgeführt. Die hier oben habe ich bei mir in EJS direkt ausgeführt und danach ist das Ding erst an den Browser gegangen, wo man es gesehen hat. Das ist der große Unterschied hierbei. Okay. So, jetzt lasst mich hier wieder kurz Helmet anmachen. Helmet verbietet mir im Endeffekt, dass ich, dass ich das JavaScript ausführe hier unten. Im Endeffekt, weil es ein Inline-Skript ist und weil es gegen die Content Security Policy geht, ich müsste hier jetzt einen Hashwert noch integrieren, damit das ganze Ding auch funktionieren würde. Das heißt, dass niemand dieses Skript quasi austauschen kann. Das wollte ich euch jetzt aber hier noch nicht zeigen, weil das eher auch eine Frontend-Sache ist und jetzt hier eigentlich auch nichts damit zu tun hat. Aber im Endeffekt, das ist EJS, ja. Ihr könnt hier tatsächlich alles machen, was ihr im normalen HTML machen könnt. Auch ganz normales JavaScript embedden, auch euer React oder sonst irgendwas reinschreiben. Mit der einzigen Ausnahme, dass ihr hier drin tatsächlich noch hergehen könnt und einfach sagen könnt, ey, ich hätte ganz gerne eine Variable und ich würde die ganz gerne ausgeben. Oder ich möchte irgendwelche Sachen berechnen oder sowas. Jetzt lasst uns nochmal ganz kurz auf dieses %i-Prozent kommen. Denn diese Variable ist ja offensichtlich hier nicht ausgegeben worden, obwohl sie ja serverseitig da ist. Und hier kommen wir dann zum zweiten Tag, den EJS unterstützt. Also wie gesagt, dieses Tag auf Tag zu, das ist im Endeffekt einfach nur dazu da, damit ihr Code ausführen könnt. Ausführen, nicht ausgeben. Und wenn ihr hier noch ein kleines Gleichheitszeichen hinten dran schreibt, dann ist es auch eine Ausgabe. Und das ist im Endeffekt unser nächster Tag hier. Wenn wir das jetzt mal ganz kurz ausgeben, dann sehen wir hier 0, 1, 2, 3 und 4. Und selbstverständlich haben wir dann dieses i hier ausgegeben. Also, wie ist das i jetzt an unseren Client gekommen? Naja, definitiv nicht als JavaScript. Dieses JavaScript hier unten ist alles, was wir drin haben. Und diese Hallo-Welt-Sachen hier, die haben direkt die echte Zahl. Diese Variable i, diese Vorschleife i, ist ja niemals angekommen beim Browser. Sondern die wird serverseitig ausgeführt. Stellt euch das wirklich mehr wie PHP vor, als JavaScript. Ihr könnt hier ganz normal einfach Sachen ausführen und die werden erst berechnet und dann an den Browser übergeben. Das ist eine super, super wichtige Unterscheidung. Also, erst berechnet, dann an den Browser, direkt an den Browser. Und klar, für solche Sachen würde man immer ganz normales JavaScript benutzen und das nicht serverseitig laufen lassen. Das muss ja gar nicht sein. Aber sinnvoll ist es natürlich, wenn wir auf irgendwelche Daten zugreifen. Und diese Daten können irgendwo liegen. Und noch ganz kurzes Beispiel vielleicht. Wir können, achso, ja hier, für Multiline-Sachen gibt es natürlich auch Support. Also, wir können hier sowas schreiben wie, was gibt es denn hier, was wir tolles schreiben können? Und if, äh, sagt mir irgendwas cooles, i, modulo, ja warum eigentlich nicht modulo? i modulo, ähm, was könnten wir denn modulo nehmen? Nehmen wir einfach mal die 2, ähm, und dann machen wir hier die geschweifte Klammer auf. So, und jetzt sehen wir hier, das geht schon direkt weiter runter. Also, man muss nicht jede Zeile das ganze Ding, ähm, irgendwie neu schreiben. Sondern man kann es auch einfach nach unten schieben. Das heißt, ich habe hier ganz gerne einfach ein, ey, hier fängt es an, ey, hier hört es auf. Und das war es dann auch schon. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel schreiben, ähm, ein Text ist gleich, ähm, gerade. Und davor schreibe ich vielleicht noch, ähm, Text ist gleich ungerade. So. Machen wir hier noch, achso, die Klammer habe ich ja schon zu. Okay, dann machen wir das hier so. Und, genau, jetzt können wir das, ähm, vielleicht auch noch hier ausgeben. Doppelpunkt. Und dann sagen wir hier nochmal, ist gleich und Text. So, und wenn wir das jetzt hier ausgeben, dann sehen wir hier gerade, ungerade, gerade, ungerade, gerade. Wunderbar, ähm, also das, das ist im Endeffekt so eine, so eine kleine Variante, wie ihr das Ganze auch benutzen könnt. Also auch über mehrere Zeilen, das ist alles kein Problem. Was jetzt natürlich spannend ist, ist, wie kann man das wirklich gut mit dem Code auch integrieren. Also, wie kann ich Variablen irgendwie für mich holen und so weiter und so fort. Und das schauen wir uns im nächsten Video an. Bis dann.